Rauchwarnmelder retten Leben. Allerdings nur dann, wenn sie einwandfrei funktionieren. Für die Montage ist der Mieter nicht selbst zuständig. Dafür sorgt unsere Dienstleistungsfirma Skibatron. Für die Wartung jedoch ist jeder Mieter selbst verantwortlich. Das geht schnell und ist die Zeit wert. Wir empfehlen die Rauchwarnmelder einmal im Jahr zu testen. Hierfür bitte eine Sekunde lang den Knopf am Melder drücken. Ist der Test erfolgreich, hören Sie einen Signalton. Bitte mindestens 50 cm Abstand einhalten, da der schrille und laute Ton das Gehör schädigen kann. Sie können Sie gerne einen Besenstiel zur Hilfe nehmen, um den Abstand einzuhalten. Hierfür einfach einmal unten drunter am Melder drücken, bis der Signalton kommt und das war's schon. Im nächsten Schritt ist es ganz wichtig, auf Verschmutzung am Rauchmüller zu achten. Staub und Spinnweben können Sie ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkerem Staub einfallen, einfach die Lüftungsspitze absaugen. Damit Sie immer daran denken, die kurzen Schritte durchzuführen und um für Sicherheit zu sorgen, einfach die Wartung im Kalender eintragen. Weitere Informationen zum Thema Rauchvermelder finden Sie auf unserer Homepage www.vivares.de www.vivares.de www.vivares.de